Den nehmen wir aber dazu, oder? Der wichtigste Gratulant für den Regado Rodriguez, der Granit Xhaka. Ja, ich glaube, viele wissen, dass wir, seit wir 16 sind, das Zimmerteil der Nazi. Wir sind seit 14 Jahren befreundet. Wir haben gesagt, wenn wir aufhören, dann hören wir zusammen auf. Genau. So ist es. Bis am Schluss alles gemeinsam, oder? Ja, sicher. Immer. Wir wollen jetzt vielleicht noch zwei, drei grosse Turniere machen. Vielleicht noch Mexiko, USA. Und dann schauen wir weiter, oder? Das ist eine Ansage. Also 2026 sind Sie noch mit dabei? 100% ja. Wir geben alles, wir geben alles.